Weltweit legen Motoren und Fahrzeuge Millionen von Kilometern auf den Teststrecken und Prüfständen von NGK zurück. Dabei werden sie aufmerksam von Ingenieuren beobachtet, deren Ziel es ist, jedes Produkt bis an die Grenzen der Belastbarkeit zu bringen. Um ihrem einzigartig guten Ruf für Qualität und Zuverlässigkeit gerecht zu werden, investiert NGK Millionen für Forschung und Entwicklung, um sicherzustellen, dass die Produkte die ständig steigenden Anforderungen der Motorenentwicklung aus der ganzen Welt erfüllen. In Ratingen bei Düsseldorf befindet sich das Europäische Testcenter. Hier laufen Motoren europäischer Fahrzeughersteller Monat für Monat, bei Tag und per Nacht, sei es als Teil firmeneigener Forschung und Entwicklungsprojekten oder in Zusammenarbeit mit den Entwicklungsabteilungen der Fahrzeughersteller. Einige Hersteller nutzen die hochmodernen Versuchseinrichtungen bei NGK sogar für interne Zwecke. Im Labor werden Produkte bis ins mikroskopisch kleine Detail begutachtet. Hier wird zum Beispiel eine Zündkerzen-Elektrode so weit vergrößert, dass selbst kleinste Fehler sofort erkannt werden. Laser unterstützen Verfahren zur Aufheizung von Glühkerzen. Hierbei werden diese auf über 1300 Grad Celsius erhitzt, um die Brennraumbedingungen eines Motors zu simulieren. Zurück in der Klimakammer werden Temperaturen zwischen Plus und Minus 30 Grad erzeugt, um die Leistung der Produkte auch unter extremen klimatischen Bedingungen zu testen und zu optimieren. Auf dem Rollenprüfstand kommen Fahrroboter zum Einsatz, die Tausende von Versuchsläufen an einem Motor durchführen können, mit der Präzision einer tiefgreifenden und sorgfältigen Forschung und Entwicklung. Dieses Fahrzeug hat beinahe eine Laufleistung von 200.000 Kilometern erreicht und wird bis zum Ende des Dauerlaufversuchs noch weitere 150.000 Kilometer hinter sich bringen. Um den Bedarf an Kraftstoff decken zu können, hat NGK eine eigene Kraftstoffversorgung, deren Benzin- und Dieseltanks regelmäßig aufgefüllt werden und die Motoren Tag und Nacht am Laufen hält. Die Energie, die hierbei erzeugt wird, wird zurückgewonnen und für den Betrieb des Testcenters und für das angeschlossene Firmengebäude verwendet. Die überschüssige Energie wird an den Energieversorger zurückgespeist. Jahr für Jahr wird die Motorentechnologie anspruchsvoller. Namhafte Hersteller vertrauen deshalb auf eigens von NGK entwickelte Technologien wie die Diesel-Kaltstart-Technology, die sich in der NHTC-Glühkerze wiederfindet. Hersteller vertrauen auf die Zuverlässigkeit und Qualität von NGK, auch unter extremen Bedingungen. Das Testcenter in Ratingen nimmt dabei eine Schlüsselrolle ein, um die weltweite Marktführung in der Zündkerzen, Glühkerzen und Lambda-Sondentechnologie weiter zu festigen. NGK – Driven to succeed